Ah, yes! Ein Schnipp again? Alright! Hey, mein Name ist Marvin Polte. Ich bin Beachwarber-Reiseveranstalter, eigentlich aus Deutschland, aber im Moment sind wir hier am Sensation Beach in Spanien. Ein Traum-Beach, eine Location, die uns eigentlich nur in den USA an den besten Stränden überhaupt findet. Es war für mich von der ersten Minute an klar, hier wollen wir Urlauber dazu bringen, ihren Beach-Urlaub wirklich zu verbringen. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, ist das irgendwie als würde ich nach Hause kommen. Man kommt an den Strand, man sieht das Beach-Office, checkt ein, begrüßt schon die Leute, geht erstmal an die Bar, hört vielleicht dann ein bisschen erstmal dem DJ zu, der am Nachmittag spielt und dann geht's sofort rauf auf die Felder, weil hier kann man einfach nicht lange die Füße stillhalten. Es ist ein Platz, wo du wirklich glaubst, dass es ein Platz für Beachvolleyball ist, dass jeder ist willkommen zu. Du kannst wirklich nicht finden bessere conditions. Wir sind die Welt, als Organisers und als normalen Touristen, und es ist unmöglich zu finden, du hast die 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 auch späne, die die verbrechung, die im die in die 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 Nets geben dir zurück, was du brauchst, wenn du den Ball in der Defensive spielst. Die Profis lieben es, die Beginner lieben es. Die Trainer kommen zurück, weil sie lieben, mit den Gastern zu hangen. Und natürlich auch mit uns auch. Den Unterschied macht nicht nur der Ort, der, wie wir immer sagen, der schönste Beachwalker Strand Europas ist. Den Unterschied machen die ganzen vielen Menschen, die dabei mithelfen, einen schönen Beachwalker Urlaub für unsere Teilnehmer zu gestalten. Den Ort, wir können natürlich sagen, dass es großartig ist. Und wir können das von der Böden unserer Hörer machen. Aber der beste Weg zu finden, wie großartig es ist, ist wirklich zu kommen hier und sehen für dich. Und ich kann meine Worte und die Beach sagen, dass es wirklich ein Ort ist, dass es ein Ort, das du wirklich kannst, wenn du hier eine Stunde bist. Es geht nicht darum, was wir euch sagen. Es geht darum, was ihr selber denkt. Ich habe das Gefühl, ihr werdet es richtig lieben hier. Den Sensation Beach, den muss man selber erlebt haben. Wir machen dieses Video, um euch zu finden, was es ist, was es ist, wenn du hier in Sensation Beach bist. Aber um besser zu finden und wirklich zu erleben, ist, dass du hier in Sensation Beach bist. Kommt zu Sensation Beach, und ich versuche, dass ihr ein tolles Mal. Bis zum nächsten Mal.